Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du deine Internetstabilität über einen Zeitraum hinweg testen kannst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünsch du dir zu einem Thema ein Video, so schreibe es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinde ich mich am Desktop meines Windows-Rechners. Was du hier genau machen kannst und welche Funktionen es noch gibt, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was die Internetstabilität über einen Zeitraum hinweg testen eigentlich bedeutet. In manchen Fällen möchte man wissen, wie seine Internetstabilität über einen Zeitraum hinweg funktioniert. Das heißt, ob die Geschwindigkeit gleichbleibend stark ist, gleichbleibend schwach ist oder ob es zu Aussetzern in der Internetgeschwindigkeit kommt. Hier sieht es nun so aus, dass es auch zahlreiche Webseiten für genau diese Funktionen gibt. Nun sieht es allerdings so aus, dass wenn man des Öfteren Schwankungen hat, genau diese Webseiten auch ein Hindernis sein können. Denn testet man seine Internetgeschwindigkeit auf einer Webseite, so ist dies nur eine Bestandsaufnahme. Das heißt, wie ist die Geschwindigkeit aktuell zu diesem Zeitpunkt? Möchte man dies nun über einen längeren Zeitraum tun, gibt es ebenfalls Webseiten. Aber hier ist auch wieder das Hindernis, dass dieser Test natürlich auch von der Webseitengeschwindigkeit, also dem Server der Webseite, abhängig ist. Nun sieht es so aus, dass man dies auch lokal am Rechner testen kann, ohne eine Webseite. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, benötigen wir die Eingabeaufforderung. Um dies zu öffnen, drücken wir auf der Tastatur die Windows-Taste und schreiben hier in die Suchleiste CMD. Nun klicken wir darauf und öffnen diese Oberfläche. Wir müssen diese Oberfläche nicht als Administrator öffnen, es genügt auch der normale Zugang. Nun schreiben wir hier rein, ping, Leerzeichen, minus T, Leerzeichen, 8.8.8.8. Nun drücken wir hier auf Enter. Nun pingen wir die DNS-Server von Google an und es wird nun hier immer wieder der DNS-Server angepingt. und wir sehen nun hier unter Zeit in Millisekunden unseren Ping. Ist dieser Ping nun gleichbleibend stark oder schwach, so ist er gleichbleibend niedrig. Hat er ab und zu einen Ausschlag, so wie ungefähr hier zu sehen, so kann es vorkommen, dass unsere Internetgeschwindigkeit nicht stabil ist. Dies können wir nun über einen längeren Zeitraum laufen lassen und sozusagen eine Statistik erstellen. Nun sehen wir, dass unser Ping ungefähr gleichbleibend ist. Hast du nun höhere Schwankungen hier drin, das heißt, dass entweder der Ping immer viel zu hoch ist, so solltest du dich bei deinem Internet-Provider melden. Möchtest du diesen Test hier nun stoppen, drückst du auf der Tastatur SDRG und C. Nun wurde das hier beendet und du siehst nun hier die Zeitangabe in Millisekunden, das Minimum, also das schnellste Internet, das Maximum, das langsamste und der ungefähre Mittelwert. Liegt dieser Mittelwert nun in einem höheren Rahmen, so solltest du dich bei deinem Internet-Provider melden, denn dann hast du eine schlechte Internet-Verbindung. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Windows-Wissen auffrischen oder weitern, so empfehle ich dir den PC-Grundfunktionen-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema PC-Grundfunktionen. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads wie Form von Übungen und Merkzetteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir, bei Erfolg, deinem PC-Grundfunktionen-Kurszertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere euch diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.